So, wir sind da jetzt in Bolton in England und waren die letzten zwei Tage im Winterland unterwegs mit der neuen CCM GP 450 Adventure, ein Motorrad, das eigentlich mit keinem anderen zu vergleichen ist. Ein Motorrad, das eine Lücke schließt, die viele Adventure-Rider schon lange gesucht haben, vermisst haben, für das man auch sehr viel Mut braucht. In Zeiten, wo die Reiseenduros immer schwerer werden, immer stärker werden, 150 PS, 250 Kilo, 270 Kilo, ist dieses Motorrad das völlige Gegenteil. Es bringt gerade einmal 130 Kilogramm auf die Waage, es hat 42 PS und dementsprechend leicht bewegt es sich eben abseits der Straße. Natürlich ist es nicht gemacht für Autobahnstrecken, für lange Autobahnstrecken, obwohl es auch auf der Straße recht ordentlich dahinter kommt. Die Aużeinbeiratung ist dabei, dass die Überläufer und die Ab escolchene Die reiste Teks, die in die Tableta Ere-Konferze zu verstehen. Die Aufregelung ist verlaglich. Die Aufregelung ist ein Problem, was die Zahnarzt-Teks, in den Langsache, Die Aufregelung ist ein Problem. Die Musik geht auf der Stelle um auch auf das Ziel und in die Die Aufregelung ist ein Problem. Die Aufregelung ist an der masculin und nicht überwinden, In der Wä description. Die Aufregelung ist, was in der größte Kilo-Machie zu verhältnissen, Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.